So, hallo Leute, Rocket League Rangliste steht an, wie immer begleitet mich Ovi, ohne ihn geht es einfach nicht, der liebe Ending. Oh, den hab ich nicht kurz gewischt. Ist so lustig, den hat es in der Ecke jetzt 30 Sekunden gewesen. Bitte? Das hat es in der Ecke 30 Sekunden gewesen. Oh. Oh, Scheiße. Schön. Nein. Bade schön. Der hat mich abgeschossen. Oh nein. Nein. Das ist jetzt meine Schuld. Nein, keine? Warum? Ich hab ihn abgelenkt. Schau. Ah, ok. So durch hab ich ihn ausgespielt. Ja, aber was fahrt auch schon raus? So weit. Ich hab auch keinen Bus gehabt. Aber es braucht trotzdem nicht zu reagieren. Was hat er jetzt geschrieben, vielleicht? Oh mein Gott, das ist für eine Parade. Aber das find ich so egal vom Gegner sogar, dass er was hat kann. Fuck you. Hast du aber auf das bezogen? Ja, auf ihn? Ja, auf ihn? Ja, schau dir auf von Hugh Mack. Es gibt schon kein Mack. Ich komm aber auch nicht noch so ins Spiel rein. Ich bin noch ein bisschen zu defensiv hier. Oh. Oh, Gott sei Dank. Agnes. Oh, Gott. Gott. Töern und All süß. Töern. Ich habe michиться in der Lage. Ich bin noch nicht englönig. Ich bin noch nicht dran. Ich bin noch nicht. Dass ich mich nicht. Oh. Oh. Ich hoffe mal kein Problem wegen dem Pass, aber... Den Pass sollte ich doch mal so machen, dass er das passiert. Oh. Oh Gott sei Dank war da keiner. Oh mein Gott. Nun würde ich gar nicht sagen Unchall egal einfach. Ich weiß aber nicht immer auf Englisch. Der Master auf Englisch. Oh. Kein Teamplayer. Not a Teamplayer oder so. Und läuft. Oh Gott. Oh. 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 Ja der Pass war dann. Ein bisschen ärgert man... Das ist schon wieder. Boah, da kann man nichts machen. Das sind Leute, die vorbeifahren und dann schreiben, was für eine Parade. Das ist für mich das Beste. Er ist vorbeigefahren, sieht er sich auf, wenn er vorbeifährt und dann schaut er, was für eine Parade. Das ist für mich das Beste. Welche Liga bist du schon? Warte. Prost. Na, bei Liga. Silber 2. Oder was meinst du? Also Liga 4. Liga 4, okay. Oh, schade. Really? Oh, shit. Was, da gibt es das Ghostbusters Auto? Keine Ahnung. Zumindest war das jetzt auf der Grafik drauf. Ja, ich hab's. Das war's schon. Oh. Fuck! macht sich gut leute, habst du da mit dem Weg fahren? bitte? habst du da mit dem Weg fahren kannst Backe, der Weg war ja ich hab aber nicht sprungen, dass er mich nicht auf den Weg steigert ich war das nein, der Gegner ist ja auf mich zugefahren ich bin gesprungen und dann hast du ihn verstört deswegen ging ja echt gesprungen, dass er mich nicht verstört ich kann das mit dem Springer nicht abschätzen oh geopfert für die Sache ich mein das nur am Boden das mit dem Schießen und dass du schnell boost und so oh das läuft immer ja nicht ich geb gar nicht ich geb gar nicht oh oh ja das leute 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 das spielt nicht ordentlich aus mich? ich bin ja ganz alleine im Team 3 das spielt nicht aus jetzt mach ich mein eigener Cousin auch fertig nein aber selbst fahren zwei Leute hinter mir und alle fahren am Ball vorbei und das spielt nicht aus ja das stimmt das stimmt da sind wir am Ball vorbei gefahren aber du hast ihn verloren ja weil ich weiß nicht, dass er ihn da rausschießt achso er war ja oben auf mir ich würde ihn rausschießen sagen stimmt oh mein Gott jetzt kommt uns an ich bin immerhin ich bin immerhin ich bin immerhin ich bin immerhin Danke. Ich bin kaputt, mein Gott. Ich bin kaputt. Oh. Irgendwie sind wir da sehr in der Defensive. Ja, das ist nicht gut. Ich bin kaputt. Ich muss die Mom. Okay. Ich kann mal ein bisschen rauskommen. Oh. Oh, das kann aber nicht sagen, dass das jetzt bewusst... Oh, shit. Entschuldigung. Was bewusst? Dass der den bewusst so aufgelegt hat. Ja. Alles klar. Sie sind da, müssen wir so Städter sein. Und jetzt ziehen wir wieder. Was ist das Problem? Weißt du, die drücken uns rein und kommen aber auch nicht raus, glaube ich. Oh. Ja. Ja. Weil jetzt ist er vorne und keiner geht zum Beispiel da nach hinten nach. Und dann nach geht's. Oh, der ist weg. Komm. Wir sind wieder alle da an dieser Ecke zum Beispiel. Das weiß auch nichts kann. Hm. Hm. Oh. Ja. Das geht zu Afo. Oh, der will jetzt noch 32 Sekunden von Dings aufgeben. Ja. Oder warst du das? Ja. Das ist doch immer was. Ja. 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 Wir haben noch. Weißt du, wenn du einen Fall schießt, musst du den so jetzt pushen. Und da musst du zum Beispiel noch drauf gehen. Ich hab jetzt keinen Boost gehabt. Ja. Egal. Weißt du. Das ist ja nicht das. Jetzt fährst du nach hinten, aber das bringt uns nichts. Was? Moment. Ja. Stimmt. Da müssen wir vorne bleiben, mit dem Ball. So, ein Game wird noch gemacht, hätte ich gesagt. Genau. Abschluss Game. Was ich bei dem auch merke, ist, wenn du jetzt so einem Ball nachfährst, so über die Gerade, ja, wenn der jetzt ganz weiter vorfliegt und du fährst dir nach, verwendest du über die Gerade den ganzen Boost. Ja. Dann fährst du mit dem Boost dorthin, weißt du? Nein, ich sollte mir diesen Doppelsprung machen. Genau, wenn du diesen Doppelsprung machst, sparst du dir diesen Boost, dann bist du dorthin. Schön. Und. Schön. Gute Start. Oh, Glück gehabt, dass er den nicht erwischt hat. Na ja. Wenn möglich wärs gewesen. Dann zuspürt er vielleicht, okay, den ersten Anschluss kann er mal lassen. Oh. Oh. So, ja. Nice. Jetzt hast du dir gleich Tuggezeugt, er ist gleich gebraucht, weil er gesehen hat, okay, du hast ihn erwischt, ich habe ihn erwischt, der Gegner ist auch nicht da, einfach drauf. Ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja, das ist ein bisschen. So, ja. 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 Nein. Das sich verdäht, aber falsch. Ja, beim Anstoß ist immer keiner Fassistee. Ich spiele auch mit fixen Taunern. Habe ich. Oh, und keiner hinten. Er ist eh da. Oh, die Hände ist interessant. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Die ist nicht fertig. Ui, ui. Oh, mein Gott. Oh, na nice. Da sind die Anfassistee. Für mich. Nie. Nie mit vollem Punkt rausfahren. Du hast keine Chance aus, den abzublocken. Hm. Das stimmt. Oh, gekonnt vorbeigefahren. Ja, Wand ist immer. Ist ja lästig manchmal. Na, ich bin jetzt gekonnt vorbeigefahren, meine ich. Ja, aber die Wand ist sehr hinterhaltig. Ja, aber die Wand ist sehr hinterhaltig. Ja, ist egal. Du musst ja rausspielen. Oh. Oh, jetzt hat er geschlafen. Oh. Alle drei. Oh. Oh. Oh, mein Gott. Jetzt haben wir Masel gehabt. Aber dafür habe ich keine Parade. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Danke. Danke. Oder? Ja, das habe ich gesehen. Ja, ich habe keinen Bus gehabt in der Situation. Siehst du jetzt? Ja. Ich muss ihn langsam ein bisschen drüber machen. Er kommt nicht raus. Und dann haue ich ihn ins Eck. Und ich wusste, wenn jetzt einer von rechts kommt, ja. Und er will ihn raus schlagen, springe ich aufs Tor. Vielleicht blocke ich ihn selbst dran. Dass er ihn selbst dran hat, direkt, ist natürlich... Oh. Oh. Oh nein. Nein. Das zögert. Und... Nein. Nein. Oh nice Jetzt war der Dorwart von ihnen draußen Ja, aber siehst du auch gleich nachts, ich bin trotzdem mitgegangen Da war keiner anderer von ihnen da, die haben alle typischartige Pflicht Das muss ich jetzt überhaupt nicht machen Na gut Leute, das war's mit der heutigen Rocket League Folge. Ich hab da noch was, ich will drinnen. Ok. Sieht halt keiner mehr. Achso. Na gut Leute, das war's. Mit Rocket League, wir werden uns sicher wieder sehen. Ich glaube jetzt sind wir wieder ein bisschen im Spiel drinnen. Er ist noch drinnen. Ja, das war's von unserer Seite. Macht's das gut, bis dann. Ciao und Baba.